Hallo, heute geht es hier um die Sonne und darum, wie sie mit Krankheiten wie Diabetes, Osteoporose und Krebs zusammenhängt und noch viel mehr, nämlich um Vitamin D. Willkommen bei Urgeschmack, ich bin Felix. Depressionen, Osteoporose, Übergewicht, Schlafmangel, Herz- und Hirngesundheit, Krebs, Diabetes und Multiple Sklerose. Das ist eine List von Krankheiten, die noch viel länger sein könnte, die auf einen Sonnenmangel zurückzuführen sind ganz am Ende. Aber fangen wir ganz vorne an. Es geht in diesem Video um die Sonne und um Vitamin D und eben diese Krankheiten. Was ist Vitamin D? Vitamin D ist nicht einfach nur irgendein Vitamin D wie Vitamin C oder Vitamin A. Vitamin D ist eine Art Hormon oder eine Hormonvorstufe. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, da kommen wir nämlich gleich zu. Vitamin D entsteht durch Sonneneinstrahlung auf die Haut. Und die meisten Menschen heutzutage haben einen Vitamin D-Mangel. Das liegt daran, dass wir heutzutage sehr viel im Inneren von Häusern, von Räumen arbeiten. Das heißt, wir bekommen keine direkte Sonneneinstrahlung. Wenn wir rausgehen, haben wir Klamotten an, auf den Großteil unseres Körpers. Und wenn wir dann doch mal ohne Klamotten in der Sonne herumlaufen, schmieren wir uns mit Sonnencreme ein und die Sonne kommt wieder nicht an die Haut. Und selbst wenn wir das alles nicht machen und über einen bestimmten Breitengrad wohnen oder in der falschen Jahreszeit rausgehen, haben wir wieder nicht genug davon, denn die Sonne kann wieder dieses Hormon nicht ordentlich auf die Haut einwirken, um dieses Hormon zu erzeugen. Vitamin D wird in der Haut erzeugt und später im Körper aktiviert und reißt an praktisch alle Stellen des Körpers. Und ein Mangel dieses Hormons kann eben diese genannten Krankheiten wie Osteoporose, Diabetes, Stimmungsschwankungen oder Depressionen, Übergewicht usw. hervorrufen oder fördern. Wer da ganz viel im Detail darüber erfahren möchte, der kann das in diesem Buch tun, The Vitamin D Solution von Dr. Holik. Das Buch ist von einem forschenden Arzt geschrieben. Leider kann dieser Arzt meiner Ansicht nach nicht besonders fesselnd schreiben. Es liest sich teils recht qualvoll und er hat auch die Angewohnheit, sich selbst sehr stark in den Vordergrund zu stellen. Er schreibt regelmäßig, ich bin hier der Pionier. Ich und mein Team haben das erfunden oder ich und ein paar andere Leute haben das erfunden. Da muss man sich nicht daran stören, denn die Informationen in diesem Buch sind sehr solide und sehr fundiert. Das ist im Prinzip die Summe der aktuellen Forschung zum Thema Vitamin D, zum Thema Sonne und es gibt da ein paar Details zu. Wie gesagt, man kann nicht alles in den Details zusammenfassen. Vitamin D ist also ein Hormon. Es wird in der Haut gebildet durch Sonneneinstrahlung. Es gibt die Möglichkeit, wenn man nicht genug Sonne hat oder die Möglichkeit nicht hat, die Zeit nicht aufwenden möchte, sich in die Sonne zu setzen, gibt es immer noch die Möglichkeit, Vitamin D-Supplemente, also in Pillenform zu schlucken. Da wird oft eine relativ geringe Dosis empfohlen von Ärzten oder Ernährungsberatern oder was auch immer für Menschen, die sich da nicht ganz so sehr mit beschäftigen, die relativ gering ist, diese Dosis. Dr. Holik meint, man kann sich durchaus mit 1000 oder 5000 EU, das sind internationale Einheiten, versorgen täglich, um nicht in einen Mangel zu geraten. Um das ganz genau zu machen, sollte man seinen Spiegel messen und auch das steht eben im Detail alles im Buch. Der eine oder andere hat sich vielleicht gefragt, aber in die Sonne gehen, davon kriegt man auch Hautkrebs. Das ist eines der größten Probleme, die auch in diesem Buch sehr intensiv angesprochen werden. Die Panikmache vor dem Gang in die Sonne oder vor dem ungeschützten Gang in die Sonne. Tatsächlich ist es so, dass der Vitamin D-Mangel ein größeres Krebsrisiko hervorruft, als eine Sonneneinstrahlung auf die Haut als Hautkrebsrisiko. Dazu kommt noch, dass die Art Krebs, die die Sonne auf der Haut oder in der Haut erzeugen kann, weniger gefährlich ist, als die Art Krebs, die durch Vitamin D-Mangel verursacht wird und weniger tödlich ist vor allen Dingen. Darum geht es im Wesentlichen. Es ist so, dass die Haut irgendwann rot wird in der Sonne. Das ist der sogenannte Sonnenbrand. Wenn man sich das genau anschaut, ist es eine Art Schutzmechanismus. Der Körper möchte dem Menschen mitteilen, hey, stopp, lass es ein bisschen viel Sonne, wir müssen hier weg. Und indem wir Sonnencreme verwenden, verzögern wir nur diesen Sonnenbrand. Das heißt, wir schalten das Alarmsystem des Körpers aus. Und er kann uns nicht mehr mitteilen, dass es zu viel Sonne war. Menschen, die ohnehin viel in der Sonne leben, in südlicheren Ländern, in Afrika zum Beispiel, auch in weiten Teilen Afrikas, gehen als pure Vernunft einfach nicht in die pralle Mittagssonne, weil sie wissen, dass es nicht gesund ist und auf Dauer gefährlich ist. Hier in Deutschland ist es verständlich, dass wenn man schon mal den ein oder zwei oder drei Sonnentage im Jahr hat, dass man natürlich die voll ausnutzen möchte. Man sieht regelmäßig meistens im Mai die vielen roten, knallroten Gesichter von Menschen, die sich gesagt haben, ich lege mich jetzt in die Sonne und liege hier meine Zeit ab. Ich möchte das voll auskosten und liegen drei Stunden in der Sonne und verbrennen sich fürchterlich. So ein Sonnenbrand ist wirklich nicht gesund, der schadet nachhaltig. Es gibt aber Möglichkeiten, in die Sonne zu gehen, die Sonne zu genießen, auch ausreichend Vitamin D durch die Sonne, durch die Sonneneinstrahlung zu produzieren und gleichzeitig aber sich keinen Sonnenbrand zuzuziehen. Abhängig ist das im Detail vom Hauttyp. Jeder kann es machen, aber die Dauer, die mögliche Dauer ist eben unterschiedlich und anderen Angewohnheiten. Als ganz grobe Faustregel kann man sagen, 15 Minuten ungeschützt in der Sonne ist kein Problem. Wie gesagt, wäre eine sehr helle und sehr empfindliche Hauttat, finde ich, das ist eher etwas weniger. Es geht im Prinzip darum, genau die Dosis oder einen Teil der Dosis nur, die zu einem ganzen Sonnenbrand führt, einzunehmen. Wie gesagt, das ist mit einem ganzen und halben Sonnenbrand, das muss man hier im Buch im Detail nachlesen. Das heißt, man kann ungeschützt 15 Minuten in die Sonne und wenn man das mit freien Armen und freien Beinen macht, das heißt ungefähr 25 Prozent der Körperoberfläche sind der Sonne ausgesetzt, dann hat man seine Tagesdosis Vitamin D gesammelt. Wenn man das mit freiem Oberkörper noch dazu macht, geht das entsprechend schneller oder man bekommt eine höhere Dosis Vitamin D. Eine Überdosis Vitamin D, daran ist durch reine Sonneneinstrahlung in diesem Zeitraum nicht zu denken. Also 15 Minuten ungeschützt in die Sonne ist in der Regel kein Problem. Und auf diese Weise kann man sich auch in unseren Breitengraden im Sommer mit so viel Vitamin D versorgen, dass es den Winter überreicht, denn Vitamin D ist fettlöslich und wird im Körper oder kann im Körper gespeichert werden. Ein wahnsinnig interessantes Thema, Vitamin D-Mangel ist wirklich sehr, sehr verbreitet auf der ganzen Welt und natürlich in unseren Breitengraden besonders, weil wir hier ohnehin schlechtere Sonneneinstrahlung haben. Ich habe das einfach so gesagt mit den Breitengraden. Der Grund ist, in unseren Breitengraden trifft die Sonne in einem flacheren Winkel auf die Erde und wir haben wieder weniger von der Sonnenstrahlung. Es gibt dann ja noch die Unterschiede zwischen UVA und UVB-Strahlung. UVA verursacht die Alterung, UVB verursacht eher den Sonnenbrand. Man kann nicht einfach so in ein x-beliebiges Sonnenstudio gehen, um diese Sonnenstrahlung zu ersetzen, denn einige haben eben die falsche Strahlung. Auch das, wie gesagt, lieber im Buch nachlesen, bevor man sich da in die falschen Hände begibt. Vitamin D-Mangel ist sehr verbreitet, führt wie gesagt zu diesen Krankheiten. Ich sage es nochmal, weil es wirklich sehr wichtig ist. Osteoporose und verschiedene Knochenkrankheiten, Stimmung, Depressionen, schlechte Stimmung, negative Stimmungen, Übergewicht, Diabetes, Multiple Sklerose, Herz- und Gehirngesundheit, Schlafmangel, Schlafstörungen und Multiple Sklerose und auch viele weitere Krankheiten hängen mit Vitamin D-Mangel zusammen. Kann man direkt darauf zurückführen. Nicht immer, nicht in allen Fällen, aber in sehr, sehr vielen. Und darauf gekommen ist man schon in den letzten 100 Jahren, im Verlauf der letzten 100 Jahre, als man gemerkt hat, dass Kinder, ich glaube, Rachitis heißt die Krankheit im Deutschen, bekommen haben. Weiche Knochen. Immer mehr Menschen bekamen weiche Knochen. Und das ging einher mit der Industrialisierung. Und irgendwann hat ein Arzt festgestellt, dass Kinder besonders in Städten weiche Knochen bekommen haben. Und hat das darauf dann irgendwann zurückgeführt, dass sie in den Gassen der Hochhäuser oder der immer höher gebauten Häuser spielen und dort noch Schatten ist und sie keine Sonne mehr bekommen. Denn zur Behandlung dieser weichen Knochen hat es oftmals gereicht, die Kinder jeden Tag eine bestimmte Zeit auf den Balkon umzusetzen. Und so sind sie genesen. Und wie gesagt, diese Geschichte ist jetzt nicht wahnsinnig neu und ein neuer Trend. Die Forschung in dem Bereich ist bis zu 100 Jahre alt oder vielleicht sogar etwas älter. Nur in den letzten Jahren haben sich eben die Bausteine dank solcher Ärzte und Forscher wie Michael Hollick zusammengefügt. Und jetzt wissen wir mehr. Und wir wissen, Sonne ist nicht der Feind, Sonne ist nicht böse. Wir müssen nur vernünftig damit umgehen. Wie immer macht die Dosis das Gift. Das heißt, nicht immer komplett mit Sonnencreme vollschmieren, denn es gibt auch Hinweise darauf, dass die Sonnencreme selbst Hautkrebs oder verschiedene Krebsarten verursachen kann. Das Sinnvollste ist tatsächlich, die Sonnencreme ganz sein zu lassen. Das schmierige Zeug ist ja auch wirklich widerlich. Es macht keinen Spaß. Es hat einen bestimmten Geruch, aber toll ist er nur auch nicht. Und lieber vernünftig die Sonne genießen, in der Mittagszeit 15 Minuten rausgehen und dann sich bekleiden oder schützen oder in den Innenraum, in den Schatten gehen und da die kühlere Luft genießen vielleicht auch. Im Zeitraum vor 11 Uhr morgens, ab 3-4 Uhr nachmittags, ist es dann auch wieder eher harmlos, weil der Winkel der Sonne wieder flacher ist. Aber auch da aufpassen und wie gesagt, lieber im Detail nachschauen. Dieses Buch ist nicht das Einzige dazu, aber zum Vitamin-D-Thema ist das im Prinzip das Nachschlagewerk. Ich bin kein Arzt oder Apotheker und Anwalt. Ich gebe keinen ärztlichen Rat und auch keinen juristischen Rat. Ich hoffe aber, dass dieses Video weitergeholfen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.